Hallo und herzlich willkommen zurück bei Seven Days mitten in der Hortennacht von Tag 112. Ich hatte leider vergessen, eher die Aufnahme zu starten. Sorry, mein faux pas. Aber ihr habt noch nicht viel verpasst. Was liegt darum? Ist der Bulle dort explodiert oder was? Tatsächlich. Guck mal was der von ein Loch im Boden gerissen hat, die Drecksau. Müssen wir doch alles ausgleichen. Du Dreckschwein. Wie der ist voll geplatzt ey. Achtung, da ist noch ein Bulle. Ja, ich hab's gerade gehört. Bist, Achtung, da platzt, da platzt, da platzt. Drecksau. Das ist schon widerlich. Ach, das ist hoch, Mann. Ja, meiner hat Okrad, meiner ging Okrad mehr daneben als mir getroffen. Okay, der ist tot. Der ist nicht geplatzt. Da ist noch einer. Oh ja, da ist noch einer. Du kotzt ja nicht rum. Ich hab' gesagt, du kotzt ja nicht rum. Ja, da haben wir dann auf jeden Fall gut was drauf. Ja, vor allem guter Schmerz zu looten. Und ich bin noch voll. Könnte mich ja noch nicht mal leer machen. Ich glaube, da ist noch ein Bulle irgendwo. Ah, da ist wieder geplatzt. Ja, die Geräusche kippen habt aller lieb. Oh ja. Okay, der Hund ist schon mal da hin. Ach, weißt du was? Wir haben alle am Arsch. Also ich hoffe, man mit dem Bullen und so das Worset. Oh, was ist das? Wurde ich mir zeigen, denke ich. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Iii, was liegt da? Ey, das ist ja Iii. Übelster Dohrblock. Okay, ich hab keine Mutti mehr. ich wollte das müssen damit meine mauer nicht so leiden muss aber ich muss ja doch ach das noch bekommt er hat mich gerade angekotzt ist immer ein bisschen hier rüber lockt das sie mal mehr hier vorne kommen hier gibt's schon keine spikes mehr hier drin ja dann musst du aber auch mal da weg gehen ok da wurde es auch toll achtung noch ein pulle ja aber erstaunlich dass man die mitte crossbows darum kriegt und das server ist schon übrigens auf eine schwierigkeit höher gestellt heute wollen es ist ja auch noch so eine besonderheit dass nächste woche donnerstag oder noch eine stufe angezogen die dreck so ich hab nur noch 18 also wenn mich jetzt noch was trifft dann bin ich noch mal weg hey mach nicht meine ganzen spikes kaputt ihr affen hey du blöde flunsch heute soll ich dich mal oben ab mit ihrem park so die drei sind auch weg wie viel haben wir denn jetzt noch das unterwäschemodell hier die hat sich gerade ich bin gebrochen oh wie traurig jetzt ist sie tot die spiders gehen wir auf dem sack da ist noch ein bulle okay das ging mir daneben wie getroffen ja schon gesehen ach mal da achtung achtung ah Mist fuck was sind die durch nein aber es ist angeknackst ja das ist unten in der kiste noch ein bisschen was muss ich sagen mal gucken dass ich ganz schnell in meinen rucksack dran komme oh mann oh mann oh mann das ist mal wieder ne roten nacht ja also wie gesagt ja hier ist ordentlich action server schwierigkeit ist ab heute um eins höher also jetzt spielen wir auf ich glaube ist das vier ne drei drei okay also ich bin jetzt auf stufe drei schwierigkeit und nächste woche wird es da noch mal angehoben damit sich dann auch nicht so langweilt aber so wird es auch für uns interessanter ja komm aber ich muss mal sagen also du bist jetzt noch gar nicht gestorben ich bin bis jetzt immer abgeschissen wir hatten schon schlimmeres also wenn ich das mal so anmerkendorf was ist jetzt alles nein die bullchen im arsch oder rennen die hier noch rum ne einer ist hier noch ach dort ja safe gerade achtung der platz der platz der platz ja also da kann man echt ne menge looten da könnte ruhig mal ja noch ne somatic für ne range dabei haben ja ich habe noch ein bisschen ich kann nichts mehr machen das ist ja das ist schon krass aus wie sich deine wie sich deine crossbow in deinem schatten spiegelt ich glaube wir haben es und wir können runter alter falter viel kann ich eh nicht mitnehmen weil ich bin auch noch randvoll military boots qualität qualität 600 schummelst doch nein hallo schummel nicht und noch ein rocket launcher mit 5 raketen scheiße ich müsste mich echt erstmal auskotzen gehen ey geht mir grad ein bisschen auf den sack also das military feuer nehmen wir auf jeden fall mit dort ist jolt wert ach komm hau weg den scheiß äh hast du die erst gelootet vorher ähm okay du guckst ja ich frag ja nur tut mir leid ach so die knochen möchten wir diesmal dann aber verhalten ne aber komm die wand hat gut durchgehalten rocket launcher mit 300er qualität hab ich den nicht mitgenommen doch ach das waren zwei military typen okay ich geh mich mal schnell auskotzen ich komm dann wieder hoch ach das weil ich habe so keinen platz was ist denn das überhaupt ja ich hab auch keinen platz ey cool schatzi guck mal geilo ach okay da müssen wir das ein bisschen umbauen aber das würde sogar gehen ups nein oh ich dachte schon die ich nicht mitnehmen kann wie scheiße ist das denn wie scheiße ist das denn hm ich würd sagen ist ja mal richtig scheiße ja ich würd sagen heute überstanden ja ich bin eh mal gestorben aber sonst also ich meine wir hatten schon schlimmere momente halte ich jetzt mal so gekonnt fest ach das ist jetzt blöd hm 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 n alter dreimal Magnum Parts, leck mich doch da kannst du deine bisschen aufwerten ist doch gut ne bei meiner sind grüne Magnum Parts drin Och so ach must ich könnte hier nicht hinsetzen ach so und es liegt hier noch rum hat die brühen warum ich zum kotzen die drecks also ja bis übrigens keine zeit mit laufen muss dann gucken wie groß das ist smg schimmertig haben wir da auch schon ja sicher haben das haben oder nicht haben wir auch so schleiche ich doch der komplette shotgun noch eine knache also eine normale was denn eine normale pizze oder was sollen das ja die gehen noch eine weile auch weg ja ich glaube du hast schon direkt schon da oben qualität 600 ja schnapps idea ich habe hier eine rote rote shorts 483 bist du fertig jetzt was mit gluten nein nicht du barney mehne ich jetzt weil der schon wieder rumknockert hier sagst du heute früh he wo ich auf arbeit bin rotzfrech ne katze vor der wohnungstür die olle eule hat's denn du die blumen hier gepackt ach hier alles klar hab's wie viel ist denn hier noch zu gut da gibt es noch genug das war schon massig aus noch mal fünf raketen night vision goggles so wir haben jetzt schon sieben military feuer war das ist nicht schlecht ich habe auch noch sechse einstecken das ist cool das ist richtig cool da muss schon fast fünf ja orange ganzes gruppen kannst du denn es handeln oder ist schon zu spät das hättest du mir vor zwei sekunden mal sagen noch einer nein kann ich nicht das krepp was jetzt wenigstens die rakete rausholen können aber ist jetzt auch egal ist jetzt nicht so von drachen der wichtigkeit so da kommen wir damit hoch und helft ja noch ein bisschen holz müssen wir ja eh holen es waren ja auch genug military typen dabei musst du ja mal so sehen wie weit bist du jetzt schon ja da geht ich das mal aus kotzen ach so dass roten frei dass das roten flash könnten wir jetzt auch mal sammeln und das ist auch für ja jetzt die ganze zeit weggeschmissen weil das andere wichtiger war ja für fertilizer ist das eigentlich ganz gut also zuerst auch machen ja wobei ich weiß nicht wie viel über scheiße brauchst gut bei dem fleisch brauchst du 100 also brauchst du 100 stück so ach so das habe ich nicht gut genommen ach ich nehme ich nehme einfach mit wess ich gucke gar nicht was es ist das ist auch geil holz und ducktape so also ich bin aber erstaunt dass es diesmal nur die rechte seite war von denen sie jetzt kamen ja oder war hier noch irgendwas ich glaube hier waren noch zwei stück wir haben noch zwei oranze rocket launch aber man die kaputt machen ja oder ist so erbringt und die ja so macht die ruhig kaputt haben wir noch wood locks und das ist doch nicht und lockst in irgendeiner kiste oder so na ja ich habe drei gelbe pistolen ich habe muni gefunden scheiße was schmeiße ich weg ist da jetzt weiß ich mir ging gut ich habe aber noch ich habe ich aber keine raketen einstecken scheiße nachkommen das ding ist weg der hat aber zwei gelbe parts drin ja aber was ist denn hier die paar sind das ähnlich ich kann es doch assemblen ach scheiß weg damit gibt es denn jetzt hier diesen military fiber schwachsinn im tresor im tresor weil das wichtig ist verstehst du das so jetzt habe ich die neger irgendwie scrappet haben wir irgendwo knochen ja hier also das wurde ja ok knochen ja in der ressourcenkiste in der anfänglichen das waren ein paar verurte hier gut hier hat bloß ein sandwich drin das klingt so ekelhaft ey so richtiges gematsche wenn du eben mal unten bist hast du noch den den chlorhammer einstecken ja kannst du gleich mal in die kiste neben den ganz jetzt werde ich fast in die spitzen reingerannt kannst du mal da reingucken und da kannst du mal den konkret nix mitbringen und gleich mal die mauer ganz machen soweit wie du kommst die klamotten müsste hier los werden wenn du das tun würdest würden wollen machen tätest so gut okay machen wir das jetzt am blödsten also hier ist gar nicht angekratzt so wie es aussieht ja gott sei dank würde ich doch mal sagen ah ok warte ich mach den platz so ladies first achso eigentlich kannst du hier aber eigentlich nur raus laufen achso das geht bloß wenn die klappe auf ist gott hab ich nix gesagt alles gut dauert ja ewig mit dem scheiß die ja das geht immer noch schneller wie mit ner range mit dem hammer mich soll der blitz beim scheißen treffen wenn ich jetzt lüge ne graue smg brauchen wir ja auch nicht wirklich oder nö also scrappe ich die jetzt auch ich hab die schon die teile habe ich die muni habe ich schon raus geholt ich habe auch noch zweimal smg barrel 460 also blau das wärs ja eigentlich schon eher wert aufzuheben ähm fleisch ist da knochen sind auch da das ist da die schatzkarten kann man sogar auch stacken achso ne das sind ja dieselben die coles treasure map ok das sind dann die gleichen